Und an der Stelle sag ich mal ein Herzlich Willkommen zu einem neuen Let's Play. Na ja, wie es man schon sieht, Batman, der rechnet er nachts. So, jetzt für vier Stunden Ladebildschirm, hoffentlich nicht. Oh. Nein, nicht jetzt. Klassische Edition spielen. Episode 1. Reicht der Schatten. Das sieht irgendwie ein bisschen falsch. Und ich muss gleich mal den Sound ein bisschen... Kann man das irgendwie ein bisschen leiser drehen? Das ist extrem laut. I am sorry. Ich gebe euch nur einen kleinen Tipp. Ich stelle das ein bisschen leiser auf eurem Headset. Das wird mein Trommelfeld platzen. Autsch. Es wäre mal schlau, wenn ich vor sowas anfange und vorher die Anschauung reingucke. Oh nein, der gnädige Herr macht es ja immer so. Deine Entscheidung bestimmen den Verlauf dieser Spielreihe. Die Geschichte hängt davon ab, wie du spürst. Also, Spiel Life is 20. Okay. Easy. Kriegen wir gebacken. Alle abwechseln. So. Vor du losgespickt haben wir irgendwo... Einstellungen. Ja. Dann machen wir extra ein bisschen groß. Musiklautstärke. Da kann man die Gesamtlautstärke ein bisschen oben lassen. So. Annehmen. Und dann, let's go! Rathaus. 20 Uhr. 22 Uhr. 22 Uhr. 22 Uhr. 22 Uhr. What are you... City of... 24. 25. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Du denkst, er wird ein Show zeigen? Ich bin. Ich bin. Ich bin. Wir werden hier raus, bevor jemanden kann uns verhören. Oh, Christ. Move in! The hell? Back! Get back! Gordon. Sie sind auf dem 52nd Flur. Ich gehe in. Hey! Warte! Warte für die Rückrunde! Ich brauche es. Geh die Stände. Ich habe eine Geschichte. Sie sind in einem Ambulanz. Die resten in Körperfragen. Die Dämpfe wollen ihn tot. Sie hat ihn gesehen? Ja, Gotham Zoo. Mit den anderen Fliegelenken. Ist das immer ein guter Anfang? Ja, du siehst richtig, mein Herr. Hallo! Guck, guck! Servus! Alles fit! Ach! Sie brauchen etwas zu schmerzen. Shit! The hell die Gott? Whatever got in, don't let it get out. No, we're gonna check that. You let me sleep in. What was that? Ich bin die Nacht. Ich bin die Nacht. Untergang. Ich bin die Nacht. Ich bin die Nacht. Back in die Nacht. Ich bin die Munition. Ich sehe euch. Wum. Oh. Ich bin die Nacht. Auch das! Ah! they hoi moi hoi moi der m k k Ich weiß, dass du ein Myth kreierst, aber vorsichtig sein, dass du nicht in ein Monster verletzt bist. Manchmal braucht man ein Monster. Komm her! Komm her! Komm her! Das war's für heute. Tür ist offen. Das ist offen. Mayday! If you want to be intimidating, you're succeeding. Criminals are becoming afraid of you. So are the police. It's a scare tactic, Al. Just a performance. Without a scratch. So far. That doesn't belong to you. I was wondering if we'd cross paths. You broke the law. Here I am. Cut the shit. The law. Don't tell me that's why you do all this. Squeeze into a suit, tie on a cape. Most people dressed up like that end up in Arkham. Gotham needs a hero. Someone to hunt down people like you. So that makes me, what, a villain? Sounds fun. Gotta admit it though. You give a good chase. One day you might actually catch me. Tonight. Don't you know not to corner a wild animal? It's dangerous. Then let's put you in a cage. Bring it, Bat. It's terrible. You cut the. It Crying lost You cut the tree. Inyou. You who you? I did This is late. You can come to it make me too. Wohin! Holy hell! You getting this? Move us in! Closer! Holy moly! Holy moly! Two of them now? Jesus! We got him! Wait, wait, wait! Do not shoot! Why go to all that trouble for this? Shit! A myth can't be killed. You, however, are flesh and blood. Goddamn it! I said don't shoot here! No! Wait! No! Wait! No! Wait... You! Uh... Ich weiß nicht, dass ich mich verletzt habe. Ich weiß nicht, ob es für meine Worte ist. Wer ist das? Wer hat dich damit gemacht? Antwort auf mich oder ich lasse mich. Aber du wirst nicht. Du bist nicht der Typ. Ich bin der Typ. Ich bin der Typ. Ich bin der Typ. Okay, ein guter Anfang. Okay, ein guter Anfang.